Also die Frage natürlich, ist Tapezien im Trend? Da würde ich sagen, auf jeden Fall ist das im Trend, denn ihr habt die Chance, eurem Zuhause eine neue Form zu geben. Das heißt, Mode und Style und auch Einrichtung, hört einfach nicht auf bei Möbeln und Lampen, sondern das ist auch die Wand. Denn die Wand ist sozusagen der größte Teil in eurem Zuhause und ihr könnt einfach Effektwände schaffen. Das heißt, eine Wand ein guter Tipp ist, wo das Licht aber rauf fällt, die könnt ihr wunderbar inszenieren. Wenn ihr aber sagt, nein, es soll ein bisschen dezenter sein, würde ich euch empfehlen, nehmt eine gute Basis, damit eben auch noch Bilder hängen können und tolle Möbel. Wichtig ist aber, immer ein Highlight zu schaffen und der Highlight ist für mich am besten platziert, wenn man irgendwo reinkommt, dass man sofort spürt, ah, hier ist was los. Vielleicht hinterm Bett, hinter einer Sofa-Garnitur, aber eben nie vom Licht weg. Ansonsten würde ich sagen, ist Tapezieren toll, weil es ist selber machen, was ich gut finde. Man braucht gar nicht mehr so geschickt sein, es ist nicht mehr so kompliziert wie früher. Es sind einfache, tolle Muster, wir haben eine super Qualität in den Tapeten, die es eben auch leicht machen. Ich bin mir sicher, selbst gemacht macht immer Freude und ich glaube, dass euch das auch leicht fallen wird. Viel Spaß auf jeden Fall beim Einrichten.